Herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel. Wir wollen uns mit dem eConverse versechsfachen. Genauso wie wir es mit dem neuen Office gemacht haben, und zwar von 200 Quadratmeter auf neue 1200 Quadratmeter. In welchem Rahmen wir uns vergrössert haben und wie die Einweihungsparty vor allem abgelaufen ist, erfährst du alles. In diesem Video also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Seit eineinhalb Jahren verändern wir die Schweiz mit unserer Weiterbildung eConverse. Mit Abstand den erfolgreichsten Lehrgang im Bereich E-Commerce und Nebeneinkommen aufbauen, die es in der Schweiz gibt. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben bereits über 1500 Personen erfolgreich ausgebildet, um sich einen Onlineshop aufzubauen und sich somit ein Nebeneinkommen oder sogar ein Haupteinkommen zu generieren. Genauso wie wir grösser werden mit dem eConverse, kommt es jetzt zum eigentlichen Hauptthema des Videos, nämlich zum Umzug in unser neues Hauptquartier. знchen uns nun überhaupt, bis zum nächsten Mal. As khác nicht! Beide ich die Date! Bis zum nächsten Mal. Dass wir das neue Office bekommen haben, ist fast wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Wir haben im gleichen Gebäude ein Fitnessstudio, wir haben zwei Restaurants, wir haben eine Zigarrenlounge und wir haben sogar eine Dachterrasse mit Hunderten von Quadratmetern, die nur uns gehört. Selbstverständlich mega gut angeschlossen mit Bus und Auto, also alles in allem. Ein absoluter Traum und wirklich ein fantastisches Arbeitsklima. Vor allem jetzt auch im Sommer, wenn man auf der Dachterrasse steht und dann den Blick auf den See geniessen kann. Das ist wirklich phänomenal und es macht so mega Freude. Weil das so ein riesiger Meilenstein für uns ist, haben wir das nicht einfach alleine feiern, sondern wir haben eine gebührende Einweihungsparty veranstaltet, wo wir angehörige Partner, Partnerinnen, Freunde eingeladen haben. Ja, aber Moment, was mache ich eigentlich noch da im alten Office? Also was ich euch habe mitgegeben, ist, dass die Träume in Erfüllung gehen können. Egal was ihr macht, bleibt dran, glaubt an euch und gebt niemals auf. Ja, und wir expandieren mit der 13c Group AG immer weiter. Selbstverständlich werden wir das eConverse fortlaufend ausbauen, damit wir eben auch die Bewegung, die wir angerissen haben, stetig weiterführen können. Wir haben auch das interne eCom-Team, also die Abteilung, die bei uns die eigenen Marktprojekte voranpuscht, können wir immer weiter ausbauen, weil wir jetzt im neuen Office natürlich auch viel mehr Platz für neue Leute haben. Also auch dort werdet ihr auf diese Reise mitgenommen. Wir haben andere Projekte, die anstehen. Wir haben auch Projekte, die bereits in vollem Gange sind. Da darf ich noch nicht zu viel dazu sagen. Aber ihr werdet dort mitgenommen, also ihr seid auf der ganzen Reise selbstverständlich mit dabei. Ah, und noch ein Zusatz. Wir sind aktiv auf der Suche nach Leuten, die unser Team verstärken wollen, die uns wirklich helfen wollen, die Vision, die wir haben, weiter auszubauen, die Schweiz zu verändern. Also wenn du unser Team verstärken möchtest, wir haben offene Stellen, dann bewerben wir dich unbedingt. Wir kommen zum Abschluss. Ich hoffe extrem, dass wir euch genau mit so Content und auch so Meilenstein, die wir haben, motivieren können, weil es ist nicht unser Meilenstein, es ist unser gemeinsamer Meilenstein. Dementsprechend wirklich, bleibt dran, egal was ihr macht, gebt mir auf. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.